So, ja, und jetzt willkommen zu einem frischen Video im Modul der Unternehmensführung. Wir beschäftigen uns heute mit den Organisationstypen Markt, Bürokratie und Clan. Ich habe zwar ein Video bereits in der Playlist der Unternehmensführung hochgeladen, allerdings ist mir dort ein inhaltlicher Fehler unterlaufen. Statt Markt habe ich Macht geschrieben. Joa, ich denke mal, ich habe mich einfach nur verschrieben, weil die Inhalte an sich zu den Punkten, die wir hier unten haben, die Merkmale zu den jeweiligen Organisationstypen, die waren korrekt. Und allerdings, wenn da oben in der Überschrift schon Macht steht statt Markt, dann ist da irgendwas schiefgelaufen und diesen Fehler wollen wir heute beheben. Ich habe einmal die Mühe gemacht und einfach mal Suchmaschine aufgeschlagen und einfach mal geguckt, okay, finden wir da kompakte, kleine Definitionen zu den drei Begriffen Markt, Bürokratie und Clan. Ich sage gleich im Vorwege, die Definitionen reichen natürlich nicht aus, um diese Begriffe von einer zu differenzieren, gerade im Modul der Unternehmensführung. Unser Markt, kennen wir alle aus der VWL, ist einfach nur ein Treffpunkt von Angebot und Nachfrage. Hier kommt es zur Preisbildung. Ja, jetzt müsste man natürlich feststellen, wer ist der Anbieter, wer ist der Nachfrager. Dann haben wir Bürokratie, ist in der Wahrnehmung ein Verwaltungsapparat mit einer festen Hierarchie. Und dann haben wir den Clan, ist eine Gruppierung, die gemeinsame Interessen verfolgt. Wäre einfach zu dünn hier, diese Definition. Ich packe euch trotzdem unten in die Videobeschreibung hinein. Viel besser wäre es, anhand von Merkmalen bzw. Kriterien dieser Organisationstypen Markt, Bürokratie und Clan voneinander zu differenzieren. Ja, Organisationstypen heißen diese drei Pakete. Wir wollen zuerst mal ein paar Beispiele finden. Und zwar Unternehmen finden wir auf einem Markt. Und zwar Unternehmen mit Profit-Centern. Profit-Centern. Ja, Profit ist, kurz gesagt, einfach nur der Gewinn. Und der Gewinn resultiert eben aus dem Erlös minus den Kosten. Dafür gibt es auch eine Formel, die haben wir auch in der BWL wie in der VWL bereits aufgezeigt. So, Bürokratie wären zwei Beispiele. Und zwar einmal Armee und Gefängnis. Und beim Clan hätten wir die Mafia oder auch die Sekte. Also wenn wir konkret Beispiele nennen wollen, sollen etc., dann haben wir hier einige damit genannt. So, jetzt geht es aber um die zwei Merkmale, anhand derer wir diese drei Typen vor allem differenzieren werden. Und zwar, man könnte jetzt nochmal definieren, was eigentlich ein Typ ist in der Typologie. Haben wir auch getan im Einführungsmodell der BWL. Schaut auf alle Fälle hinein. Typologie, Typisierung. Was heißt das eigentlich im Vergleich dann auch zu der Klassifizierung bzw. zu den Klassen. So, Steuerung der Handlung der Organisationsmitglieder. Also damit ist die Koordination gemeint. Und diese erfolgt im Markt oder auf dem Markt. Koordination. Markt ist ja ein theoretisches Konstrukt, das es in der Wirklichkeit eigentlich gar nicht gibt. So, in der Realität gibt es das nicht. Wir haben das Konstrukt uns in der Theorie aufgebaut, um die Realität vereinfacht darzustellen. Ja, und diese Koordination erfolgt hier einmal über Preise und über den Wettbewerb. Wettbewerb, Punkt. Haken wir damit ab. In der Bürokratie haben wir natürlich auch eine Koordination. Ko-o-o-di-na-tion. Und zwar über Anweisungen. Anweisungen. Hierarchie. Deshalb hier auch eine Definition. Haben wir es dann auch hier drin. Hierarchie. Aber hier fehlen eben in der Definition dann noch Bestandteile. Selbst wenn ich jetzt noch einen zweiten Satz dazu packe oder die Definition einfach verlängere, würde das einfach zu dünn sein. Macht euch eine Tabelle fertig. Dann habt ihr die wichtigsten Merkmale mit Beispielen aufgeführt. Und dann kann man das in Form eines Kurztextes da nochmal erläutern. So, Anweisungen, Hierarchie und Autorität. Schreiben wir also nochmal hin. Autorität. Jetzt können wir auch diese Begriffe nochmal definieren. Hierarchie, Autorität. Was sind das für Begrifflichkeiten? Suchmaschine aufschlagen oder Lexikon. Dann habt ihr. Das sind grundlegende Begriffe im Einführungsblut der BWL, die wir dort auch bereits kennengelernt haben. So, dann geht es direkt weiter. Und zwar Koordination. Wieder. Also merkt, dieser Koordinationsbegriff, den hätte ich eigentlich hier auch als Kriterium zusammenfassend mit der Steuerung hineinpacken können. Ich habe das ein bisschen ausgeführt. Steuerung von Handlungen der Organisationsmitglieder. Und dann kommen wir hier zur Koordination über Preise, Wettbewerb, Anweisung, Hierarchie und Autorität. Und dann hier über Normen. Auch wieder so ein wunderschöner Begriff. Normen. So wie Identifikation. 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 Ja, und als letztes haben wir die Mittel. Und zwar, hier haben wir die sogenannten Marktbedingungen. Man könnte auch sagen, die internen Marktbedingungen mit dem internen Wettbewerb. Ich belasse es jetzt beim Stichpunkt Marktbedingungen. Je nachdem, auf welchem Markt wir dann uns bewegen, gibt es natürlich auch unterschiedliche Bedingungen. Wir haben nicht nur einen einzigen Markt. Wir können den Markt ja noch unterteilen in unterschiedliche Teilmärkte. So, zum Beispiel der Markt für Unterhaltungselektronik, der Markt für Smartphones, der Arbeitsmarkt. So, und hier packen wir dann nochmal hin. Und zwar System der Verrechnungspreise. Wir haben also hier ein System der Verrechnungspreise. Jetzt gehen wir so ein bisschen in die nächste Spalte hinein. Das kann ich jetzt nicht vermeiden. Verrechnungspreise, weil jetzt noch ein nächster Punkt hinzukommt. Und zwar der Punkt leistungsorientierte Entlohnung. Also Leistung gegen Lohn oder Lohn gegen Leistung. Leistungsorientierte Entlohnung. Da hatten wir uns ja ein paar Perspektiven, Sichtweisen angesehen. Die sind auch hier in der Playlist abrufbar. Entlohnung. So, dann kommen wir zur Bürokratie. Ja, hier machen wir es jetzt relativ kurz. Hier haben wir nämlich einmal Kontrolle. Kontrolle sowie Machtausübung. Oder einfach nur Macht. Machtausübung. So, und dann kommen wir zum Klaren. Und zwar hier geht es einfach nur über die Sozialisation. So, Sozialisation als Mittel. Ja, das reicht. Ich hätte auch schreiben können, wird über Sozialisation vermittelt. Punkt. Ja, das ist jetzt eine schöne kleine Tabelle. Und ich denke, das reicht durchaus aus, um in einer Klausur, wenn da Fragen zu Organisationstypen gestellt werden, erst mal die Typen abspulen, drei Pakete, Markt, Bürokratie und Clan, dass man das erst mal weiß. Die Definition, okay, kann ich mir am Rande irgendwie merken, haben wir auch schon im Einfungsmodul behandelt. Was viel wichtiger ist, dass ich Kriterien habe, Merkmale habe, an denen ich diese Organisationstypen von einer differenziere. Mir reicht es also hier nicht einfach aus, nur eine Definition auswendig gelernt zu haben, sondern ich brauche Merkmale, Kriterien, um diese Größen, diese Typen zu differenzieren. Und wenn ich jetzt noch weiß, was ist eigentlich ein Typ, was ist Typisierung, was ist Typologie, dann kann ich damit auch nochmal Pluspunkte sammeln, indem ich das nochmal, bevor ich dann diese Differenzierung vornehme, nochmal diesen Begriff auch nochmal kläre. Ja, und dann, wenn ich eine Hausarbeit, Seminararbeit schreibe, gilt auch immer, wenn soweit ein weiterer Fachbegriff auftaucht, wie Normen, Identifikationen, Wettbewerb, Preise, Profitzenter, das sind ja auch alles, oder Sozialisation, das sind alles Begriffe, da kann man auch Texte zuschreiben, etlich lange Texte. Dann definiert diese Begriffe auch noch einmal. Und da merkt ihr, da habt ihr wirklich schon über fünf Seiten Text, um nur diese drei Typen von da zu differenzieren. Ihr könnt das aber auch in 100 Seiten Ausführungen, auf 100 Seiten ausführen. Also es hängt dann von der Aufgabenstellung ab, das soll jetzt hier nur so ein Überblick sein. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.